Jeder Feinstein, der Frank-Kurs-Frorein zu Lücken, findet man noch im Auge, der hat 9 zu 0, hat seinen Stand 1 zu 0 gefasst in Berlin. Und 9 zu 0, SRS 98 mit EGN 2.000. Wir haben noch ein Ergebnis aus dem Truppen-Bedrug. Wir haben im nächsten Jahr gesagt, dass wir im Partei schon ein größter Gegenstand mit dem EGN-Frorein-Greifen relativ zu verletzten, die wir zum Freizeit-Frorein-Frorein geführt haben. Und am Ende ist der Exfolgs von unserem nächsten Gegenstand im Pokal. So, es gibt, was habe ich gerade gesagt, ein kleiner, 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 aber ich muss fast nur den Rücken sehen. So, und warum diese Dame sich in die Herzen vieler der jungen Menschen, wahrscheinlich heute noch mehr, der besprochen hat, dass jemand mal kurz, nur kurz und für den Gast, das ist irgendwie interessant. Pass auf! Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht.